Was darf ich unter gar keinem schon vorher? Ah, ihr habt euch ja die ganze Zeit die Wohnung angeguckt und dann wurde mal eine Amt leck. Jasmin, du bist das. Komm rein. Eine gemeinsame Wohnung brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Komm, bitte. Tja, ich werde aus Berlin weggehen. Es tut mir leid.